blöd kann ich was zapfen eigentlich dann damit zappen wir mal was schade geht nicht ein bisschen unordentlich das ist da unten auch nein 14 10 ok machen wir es mal das glas das leere glas machen wir mal dahin 14 10 brieftaschen code ist eine hier drinnen du hast die starb ok hier ist eine riesige badewanne die ist echt verdammt riesig barbara pinwheel is beautiful you must come with me one day i'm staying room number five ben mr jones ist ben um which is a little smaller than i'm usually used to but the view is great i can see down over the tower tower town square and may day celebrations the tot is down on the first floor though and it gets very cold in the night by the sea anyway i hope you see to see you ben hier geht's raus wo können wir denn hin da ist die andere seite gehen wir mal hoch room nummer zwei in manager peterson nummer zwei ist in mannager hier peter dußler pierre belz inventions belz inventions belz inventions breathe fresh air into tin wheel wir hatten jetzt den code 14 10 ne aber da fehlt noch eins okay painter's journal painter's journal i once used to adore mayday as children we would play with the maypole and dance with our friends yet now it's just painful reminder of that day that we lost so many recently i have been having some bad days jim has been around helping me and find that that when he is here i can think that little bit clearer he seems to think he visits quite often but i think he doesn't visit very often at all my mind has been wandering back to that day the explosion the sudden silence and darkness that cast itself across the village it frightens me it frightens me because i should have been there that day but i wasn't because i was painting at the mayday festival my ever watching eyes dancing with the light and shadows ignorant to the terrible things happening below okay hier fehlt so ein ding aber den code hätten wir schon mal theoretisch 14 10 glaube ich war das aber wenn wir durchsuchen hätten wir das auch entdeckt vielleicht finden wir vielleicht finden wir das noch mal das an 14 10 glaube ich oder 14 01 14 10 do not disturb okay wir noch mal hoch auch schon süß gemacht hier ist nichts sondern mal hier die tür zu können wir das aufmachen nein nein hey i've been asking around and i've been doing a little research i'm not happy about this whole thing there has to be a better way for you for all of us just say the word what kind of word help love hate bay mr jones i've put some extra pillows here in case you need them in the night i know your how uncomfortable that bed can be mr jones ja ja wir hatten ja oder gehen wir mal kurz wenn jetzt zwei dinge gefunden in dem anderen ding hier ich werde es einfach mal das hier werden wir mal hier ablegen und weil das geht ja dahin ich weiß gar nicht in die stadt aber vielleicht kann ich das hier mal nehmen und dann das da einsetzen ach war das war 14 4 ne 14 10 jes ey cool Andrew turned to harry his face looking very serious now you'll have to go home little man he said winking so that rob couldn't see lustig that's not fair why does he get to go and i don't moan rob because he's too young to be out this late besides we might be a while and he can help us sneak back in later right off you go andrew pushed winking again and then whispering into harry's ear just remember where we said okay andy he said trustingly and so off little harry ran leaving just the two of them just the two of them both boys began to make their way down to the docks ja cool nächstes rätsel gelöst warte könnten wir eigentlich die hier irgendwo anders hin machen als hier bei uns in den regalen und eigentlich ein dedicated place ich weiß es gar nicht hier irgendwo okay ein fotoraum okay schauen wir uns das mal an oder können wir die tatsächlich nur in den regalen reinlegen und oder 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 Das sind wohl die ganzen Notizen, die wir jetzt noch mal haben. Total verrückt. Okay, wir müssen das dann doch scheinbar nach oben rein machen. Hier ins Regal werfen. Komm, eins, zwei, drei, vier. Eins fehlt noch. So, jetzt gehen wir wieder hier runter und gehen wieder raus und gehen weiter. Ähm... So. Mal sehen. Das Mayday Festival. Wie kam... Doch, wir sind jetzt hier lang gelaufen, genau. Jetzt gehen wir mal da lang. Aber da wollten wir eigentlich lang. Haben uns aber gedacht, komm, machen wir hier noch mal. Genau. Aber das ist echt verstrickend groß. Ganz ehrlich. Da ist noch eins. Aber machen wir auf dem Weg noch mal nach da hinten. Hier. Ja, Appletree. Do you remember when we first bought this house and there was a single Appletree growing in the front garden? Can you believe how far that one tree has taken us? Happy anniversary. Oh, wie schön. Das Appleside war das doch, ne? Ja. Cool. Oh, ey. Hey. Hm. Hm. Das ist ja krass. I think I have cracked it. A new signed receipt to receive our business. Sorry about the mess. I clean it before dinner. Nice recept. Okay, cool. Exports plummet. Pinwheel, industrial tin exports plummet. All hopes on US export deal. Hundreds of jobs are at risk as the local tin and as the Zanik export quantities lower dramatically within the European territory. All hopes are pinned on the successful closing of a US export deal that would secure the company for the foreseeable future. The closure of Pinwheel, industrial would have devastating consequences on the small mining town of Pinwheel, where the economy really relies greatly on the export of tin, Zanik and cider. Okay. Krass. Okay, cider, cider, cider. Cider, cider, cider. Cider, cider, cider. Mit was? Hm. Sieht so verdächtig aus. Hier gibt es noch ein Lösungsding, oder? Dafür, aber gut. Waren wir schon oben? Ich glaube nicht, ne? Wir gehen mal hoch. Nee, wir waren noch nicht oben. Hm. Hier drin ist nichts. Das werden wir uns gleich mal angucken. Hier ist nichts. Auch nichts. So. Fishing. Hitting the fresh sea air today did me a lot of good. George took us out into the bay for a spot of casual fishing. A good chance to unwind and get things off your chest. George mentioned that this, his daughter's friend Thomas, had been having a rough time since his mother left and that he and Ellen had been quite worried about his welfare recently. I hope the lad is all right. It's not right for someone so young to have to deal with his father's demons. Okay. Hmm. Crazy. Okay. High vibes. So. Und das war's hier. Wir gehen mal hier lang, schauen wir mal nach, ob wir hier rein können. No. Bisschen was Spannendes. The flowers in spring were so pretty. Whoa. Fields. Cider. Okay. Instructions. Shower. Turn the dial that is underneath the shower. Aha. Das hatten wir schon mal, ne? Ja. Okay. Cider fährt. Dann ist die Kirche, aber wir werden erst mal uns hier drum kümmern. Und schauen, was hier so farse ist. That feeling that there's something missing in life. Hm. Hm, das ist ja cool. Aber das ist doch so ein, so ein Dings dann noch. Ich würde fragen, wie viele Schleifchen wir eigentlich noch brauchen. Mal. Mal. **** Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.